Jut, was geht ab, euer Presse am Start, hat jemand ein Leimer, also Bad, nicht immer hart. Ich brauche ein Eimer. Ja, wir sind wieder zur Folge Nummer 10 oder 9, mal wieder, weiß ich nicht ganz genau. Mod mich mal wieder, dann kann ich Sachen klauen. Nö. Achso, du kommst dann nirgendwo rein, oder? Ja, eben. Das ist voll schwul mit den Truhen, Alter. Hier, ich hab kein Eimer. Ne, nicht den Eimer, äh, nicht die Truhe aufmachen, bitte. Ja, ich hab auch keinen Eimer. Ich hab einen Eimer, Püren. Ich hab einen Eimer, Püren. Ich hab einen Eimer, Püren. Ich hab irgendwie alles, ich schlitt so. Am besten zwei, da muss ich nicht. Ja, warte, komm. Wo bist du? Oh, dort, okay, gut. Hä, Klaus, du bei Juhn? Am besten zwei. Ist das dort deine Wohnung, oder warte? Wie kommen die Viecher immer da raus? Ben, schau dir mal das Dach an. Warte, die Viecher kommen... Ach, ich schlubst die nach oben. Muss ich jetzt wieder hinter dir... Oh Gott. Oh, du fetter. Und was zu essen wäre nice. Und ein Sack Erde. Wow, kannst du nicht selbst bauen, du... Atemlos. Atemlos. Und ein Blowjob. Als machst du mein Dach. Ja, Digga, warte mal. Oh, warte, warte, warte. Also, warte, warte. Warte, warte, warte. Ich hör's ja. Ich kann's mir erst mal zeigen, wie's... Ja, warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Oh, oh, okay, ja, das war schwul genug. Green hat uns erwischt beim Fremdgehen. Ich hab's, ich hab's aufgenommen, die war Bastel, die Führers. Nehmt ihr eigentlich alle auf, oder nur, Benny? Nur ich, weil die alle zu blöd sind und kein Geld haben für YouTube-Equipment. Ich sehe echt so ne Lappen. Deswegen will ich eigentlich noch ein paar Leute reinholen, die auch aufnehmen, sonst ist es langweilig. Damit du Abonetten cashen kannst. Jo. Geil, ich auch. Nice. Oh, heiß, weiß, scheiß, weiß. Aber kein Scheiß, ich bin heiß. Ah, bist du lustig, bist du lustig, bist du lustig? Ja, ich bin unter Wolken. Okay, ne, ich lass es sein, tut mir leid. Was brauchst du? Es war ja immer. Alter, geil, alter, der hat sicher so ne Kiste für alles, so mit 24 Stacks und so. Der kleine Hacker. Das ist halt echt so. Das ist halt echt so. Alter, Digga, bitte verreck einfach. Ich werde jetzt was Sinnvolles bauen. Ihr glaubt es nicht, Arbeiten will es tun. Ähm, ich geh jetzt. Weed. Kiffen statt Eifelschlammen. Was machst du denn für ne aus, alter? Digga, beruhig dich mal. Das sieht richtig schwul aus, man. Wieso vor allem dunkel? Ja, du solltest dann scheiß aus wie mit dunkeln, äh, alles mit hellem Holz. Ich kenn mich da nicht mehr nicht so aus. Ich weiß nicht, wo ich bauen soll. Oder? Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Ja, mach ich auch immer, aber ich trau mich nicht. Nein, lass mich. Bleib mal stehen. Bleib stehen, bleib stehen. Nein, lass mich. Doch, schau mal. Kommt mal schlafen. Oh ne, jetzt kann ich nicht. Dreh dich um, dreh dich um. Jo. Oh geil. Oh geil. Oh geil. Oh nein. Ich dachte also als Diamant. Nur du hast mir, ich hab dein Schwert verloren. Oh bist du lustig, ne? Immer mit deinem Sleep, du Lappen. Such dir Freunde. Jetzt hab ich dir aber schon gegeben, ne? Schön. Oh no. Ich hab's grad erwischt. Wie ein Schlüsselband fischt. Also ich werde jetzt. Ich wollt, kommst du schlafen oder nicht? Nein. Ich geh schlafen, sagt, wenn ich wieder rein kann. Ballen kann. Jups, hat immer noch kein Bett gekriegt. Okay bitte den Server. Das quitten einfach alle. Tell me about, tell me about. Es ist wieder Tag. Digga fast, beruhig dich mal. Es ist wieder Tag. Ach ne, ernsthaft. Das ist ja noch nicht mal fertig. Sieht aus wie ein Hut. Wo war ich so? Ich bin ja auch ohne Spitzhacke, bin ich behindert man. Ja, bin ich. Yes, you are. Give me a part. Yes, you are, you are. Okay, Jux, ich werde was, ich werde was sinnvolles bauen. Ach. Bei wem kann ich einziehen? Nein. Ich hab keinen Bock. Ach, ich hab keinen Bock, mich auszubauen. Ich hab keine Ideen. In einem Let's Play. Muss ich wieder was von YouTube abbauen. In einem Let's Play. Also kein Bock. Nimm mal diese YouTuber, man. Ja, ja. Sind nur auf dem Money aus. Das ist echt so, die keine... Ich liebe in die Videos legen. Und mit X-Bit aufnehmen. Wow. Was ist an X-Bit schlimm? Piss dich. Schnauze. Nimmst du mit X-Bit auf? Ja. Lol Jungs, da gibt sich gar keine Mühe. Zum Beispiel ich hab mit X-Bit Pro aufgenommen. Aber du... Wow. Geht gar nicht, Mann. Geht gar nicht. Aber echt so? Ist auch so, ne? Guckt, jetzt hab ich so nen kleinen Ding. Und jetzt kann man hier hochgehen. Nein, ich hab kein kleines Ding. Mein Ding ist ja groß. Kommt erstmal in den Titel. Pures Ding ist klein. Punkt glaub ich dir das nicht. Pure hat ein kleines Ding. Ist aber echt so. Freelie war rasch und Pure hat ein Ding. Ha. Ha. Der war echt bosshaft. Ne, der war richtig fieses Mann. Ich hab noch 58... äh 53 Glas. Braucht jemand? Du hast kein Holz mehr davon, Green, oder? Doch. So, ähm... Ach, du bist im Haus. Aus dem Haus. Ahaha. Lustig. Alter, hier hinten ist ja mal der Ultrawasterfall. Hä, das hab ich gemacht. Da ist ja sogar jemand, da ist ja wie Ups. Hä, bist du dumm? Das hab ich gemacht, Mann. Das ist mein Wasserfall. Oh, genau. Deswegen hat er einen Eimer und Erdkopf. Der ist ja voll geil. Ja, meine Mutter hat zur Ehre. Meiner Mutter zu Ende. Ich will jetzt hier... Ah, da hinten ist die Gegend auch voll schön. Habe ich schon gesagt. Habe ich schon gesagt. Er sagt's einfach jetzt. Ich hab mir die Gegend schon vor dir festgenommen. Festgenommen. Hey, ich hab... Du wusstest ihn. Naja. Und ich... der Wasserfall. Der Wasserfall, den hab ich ja richtig geil gemacht, Mann. Ich bin so der Boss. Der sieht schon aus von so weit weg. Ich dachte, der wär aus der Natur raus. Ne, ne. Und dann kann man dort oben auf dieser Plattform... Ey, Judy wird so stolz auf mich sein. Hab ich extra für ihn gebaut. Also ich würd gerne eine Schaufel haben und eine Spitzhacke. Hier ist ja noch ein Wasserfall. Hast du den auch gemacht? Ne, ne. Der ist low und scheiße. Brauchst du ne Spitzhacke? Jo, das wär... Oh ne Schaufel. Hier. Spitzhacke hingeschmissen. Oh geil. Aber keine benutzt. Sie ist benutzt. Aber ne Schaufel wäre nice. Ne Schaufel wäre nice. Ach du fetter Wichser. Ja. So Ben, dein Haus ist fertig. Er geht mir so gar nicht. Ja. Das ist meine einzige, die ich besitze. Ohne Scheiß. Ich bin so was wertvolles. Benji. Ja. Ich hab dein Haus fertig. Wirklich? Ja. Ich hab sogar außen noch so Blätter. So für Deko und so. Das sieht richtig krass aus. Immer diese YouTuber, die sich das Haus nicht selber machen können. Immer müssen die Abonnenten dafür arbeiten. Das ist echt so. Dreißer Abonnent. Das ist echt so. Ich nenne mich bei, es gibt einen bei PSN, der ist einfach teuer Abonnent. Ohne Scheiß. Ja. Wir abonniert schon den Lappen-Clan. Habo. Oh, der sieht schon sweet aus. Na nach außen so ein bisschen Flattern. Oh, danke. Ja, komm mal her. Ja, komm mal her. Ja, komm mal her. Was? Was war denn das, man? Ich hab ein bisschen wenig Fenster. Warte. Ich mach hier noch die Perfektion. Perfektion. Warte. Warte. Kann mir das auch gut aussehen. Ich seh hier nichts, weil Scheiße. Weil Scheiße. Das ist echt so. Er sieht nichts, weil Scheiße. nur hinein. Freunden. Ich hab mir jetzt verstanden. Ich hab mir den Tag. Ich hab mir die drei Tage bezahlen. Du stellst nicht mehr an den Tag. Ich hab mir die drei Tage vorangehen. Ich hab mir den Tag ja geflogen. Das ist immer so. Aber ich hab mir das Gefühl, das sei es nicht in der Tag. Ich hab mir das. Dein dollars proprietär. langgefahren und selbst zu befreundlich vieles ansteuert das ist nur das ist das äußere es kommt in den Amt Aschidau sie hier durch die Küche und Sitz ergelegt das andere haben meine Hand lange gemacht so durch Selbstbewusstsein macht es nur um Geld zu verdienen er macht auch so gut und verliebt ein paar nicht deine Mutter du und sie haben alle gemacht immer wieder der Schere Du dumme Fettwartschlampe, man. Du brauchst einen reichen Lauch? Ja. Du Lauch. Warte hier. Warte, ich bin so stolz auf das, was ich kreativ gemacht habe, man. Weißt du was, ich mache jetzt noch eine Wasserbahn. Dann kann man sich einen Boden nehmen. Warte. Drinnen machst du das? Warte, ja, warte, warte. Ein bisschen von meinem Haus muss ich auch selbst bauen. Warte, warte, warte. Immer diese Arbeiter, die für einen arbeiten. Immer diese Portugiesen, man. Es tut mir leid für die Portugiesen, die zuschauen, man. Ich hoffe, Vasco guckt gerade zu. Ich wollte es gerade sagen. Beleidigt er meine Mutter dann? Nein, er ist nicht in RL. Oh, das ist echt ein geiler Arsch, Jups. Er kennt mich aber nicht in RL. Darum kann er mich nicht kicken. Ich schwöre, seine... Oh, da kommt so eine Ritze raus bei dir, wenn du dich bückst. Oh, ja. Ja. Alter, ihr dummen Hummus, man. Ich fick eure tote Hummus. Hä, warum ist das Wasser hier oben auf einmal weg? Es ist eingefroren. Nein, das Wasser friert ein und dann geht der Wasserfall weg. Ist es wirklich eingefreezed? Ja. Ja, weil da Schnee ist. Stopp Chlor. Stopp Chlor, Mann. Stopp Chlor wie ein Pfeilboot. Das Freibad ist nicht Chlor. Ähm, ja, was... Ey, ist doch gar nicht eingefroren. Ja, jetzt habe ich es wieder gesetzt, weil ich oben bin. Ähm, vielleicht sollte man hier einen Penis bauen. Ähm, Fackeln hinsetzen. Ich weiß nicht, das müsste eigentlich was bringen, oder? Bringen. Kuhenschubst. Was soll ich mit dem scheiß Leder, der Klaus Leder. Darum, jetzt habe ich ihn einmal zu wenig. Ey, was ist das für eine scheiß Buggy, Buggy. Buggy, na, Mann. So, Benji, schau her. Easy Peas, ganz schön. Baby's Beauty Palace, Mann. Ach, das war Fubets, ey. Ich bin gerade. Ach, Fubets war gerade in deinem Haus. Was? Fubets war gerade in deinem Haus. Und Benji, wie hochschwimt, Mann. Ist anstrengend, ne? Oh, ich dachte, ich will die Lust am Einkauf, ne? Aber Jay, dann ist es so richtig, ob das muss. Ne, Jungs, ja, macht das nur für Gelder, der hat gar nicht, keine Lust auf Minecraft. Das ist ja nicht so, dass ich mich wieder ohne Grafika lege. Was auch nicht mehr, das habe ich dir gesponsert. Ah, stimmt. Ja, ey. Ey, ne. Komm nicht weiter hoch. Ja, dann bist du Gelder. Alter, was machst du da hinten? Das ist ja zu eng, ne? Ich komm nicht hoch, ohne Schwitz. Oh, nice. Eins, Schwitz und 90. Du, hund so ein... Nein, nein, ich wollte... Du, hund so! Ne, ich baue es nicht. Oh, wach und sag! Ey, ohne Scheiß, die... Die Aussicht, die ist Granate wie eine Tomate. Aus meinem geilen Haus. Warte, warte, warte. Ich muss kurz. Ne, ne, ne. Oh, du fetter Pasta. Jetzt kommt der nicht mehr hoch. Nein. Du, hund so! Oh, alter. Hattest du das nicht gewusst, dann hättest du das. Ne, ich will hier kurz was machen. Warum muss ich das... Wasser stoppen? Ben, ich... Ja, genau, wenn wir nicht hochkommen, ne. Nein. Warte. Du Fixer. Oh, da kommt... Da ist ja Wius. Hahaha. Die locke ich noch mal Schweine an. Oh, ich brauch was zu essen. Fuck, ich brauch Essen. Mit deinem Großvater. Alter, ich bin... Guck da unten, siehst richtig scheiß aus. Ich will das weghaben. Oh, mein Gott. Schlag mich nicht, du dreckiger Kanakamann. Ne, was zu essen. Äh, ne, ist das nicht. Oh, mein Gott. Wenn du das noch einmal tust, werde ich nicht... Okay, Jungs. Ich bin nie wie deinem letzten... ...jubst ein fetter Sozialer. Fuck, du isst, man. Alter, Pure, schau mal. Was soll ich schauen, Mann? Denn, denn ist wohl die ganze Landschaft. Nö, ist mir egal, Mann. Mit dir ist gar nichts geil, du... Oh, der Sonnenuntergang. Voll cute. Oh, ne. Was ist, du Bastard? Aua. Ich hoffe, du bist gestorbt, sort. So, tschüss, Ben. Oha, danke, Green, Alter. Du bist viel zu gut für mich. Was hat er gemacht? Hast du Essen? Hm, ja. Alter, Pure, was machst du? Du kriegst mein ganzes Essen, Alter. Jetzt muss ich schnell nach Hause, Alter. Jetzt ist es warte. Gleich mal schlafen. Liegt mich in mir schon im Bett. Ich verhungere sonst, Digga. In der Bettdecke liegt etwas Speck. Oh mein Gott, was ist das? Oh, Views. Views, du... Ich hab mich so erschrocken. Ich dachte, wir sind das was. Ich glaube, ich werde gleich eine Schwitzer holen. Ey, ey, du hier, Fackeln hin. Hier, hier, hier und hier. Oh, geil, geil, Schleck, oh geil. Und hier, 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 alles rum, dumm. Rum, dumm. Du Monster. Ich glaube, ich liege uns im Bett, oder? Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, du bist voll der Yolo. Die Fackel leuchtet unter Wasser, du Hacker. Also, geh Views. Oh, ich und Views, die Sträuche, können wir wieder rauf? Nein, warte, warte kurz, warte, Ben. Ich geh play auf, warte. Eine Sekunde, warte. Abgelollt von Yolo, ich fahre VW Polo. Wie lange nehmen wir schon auf? Wie war das nochmal? Abgelollt von Yolo, kein drauf. Ja, nein, spür mal, ne? Abgelollt. Wie lange nehmen wir schon auf? Keine Ahnung. Ich glaube so 20 Minuten im Fall. Sollen wir dann die Folge beenden? Jetzt schon? Ja, mir ist es egal. Lass mal eine halbe Stunden Folge machen. Ja, ne. Unser 600 Abos, Wäschel. 5 Stunden Minecraft, Digga. Ich hab nicht mal 600 Abos, na gut, haben wir eh 400, weil einmal Pure dabei war. Dann haben wir erstmal ein paar Deos gekriegt. Zweimal war ich sogar dabei, Mann. Oh no. 200. Uns hat's erwischt. Ey, ich hab so ein schönes Haus gebaut, Mann. Ey, ich hab mich so erschrockt, dass du Bastard gekommen bist. Du bist gekommen in mir. Oh nein. Was wollte ich jetzt machen? Ähm, ich brauch Essen. Ich muss wieder auf Essen fahren gehen. Äh, wieso bist du so schnell oben? Kommt einer mit mir Essen fahren. Jups, Jups, hack doch, Mann. Was? Alter, wie bist du so schnell hochgekommen? Ich hab mich hochgebaut. Halt die Schnauze, wo? Da hinten, schau. Ich glaub auch, dass die Effekt. Alter. Der heck locker noch. Schätzbar. Die Ups hat Fly, Ding, Mann. Ja, ich schau. Der hat alles. Du hast alle Haare geschnauze, Ups. Alter, wie bist du so schnell hochgekommen? Ich hab mich hochgebaute, Alter. Er hat sich wirklich hochgebaute Vogel. Wo? Ja, da ist doch ein Turm an dir neben, oder? Ja, das war ich vorhin. Aber mach sowieso kein Scheiß, bau dich nicht hoch. Dann sind so scheiß Erddinger hin. Ich will jetzt erst mal den Wasserfall verschönern. Scheiße, du hast meine Schere. Oh, sorry, Digga, warte, ich komm's weg. Oh, hier sieht's auch schön aus. Oh, hier sind Schweine, geil. Ich brauche eine Schweinefahne. Ja, ich auch. Aber wie lockt man die an? Ich wollte nur gucken, ob ich Hitler an kann. Mit Weizen? Mit Weizen oder Samen? Ich würde dich so gern runterpocken. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Samen klappt nicht. Ich will, ich muss gucken. Oh mein Gott, ich bin fast runterge- Bis das Wasser weg ist. Oh nein, mein ganzes Wasser von meinem Pool ist ja voll. Ich wache jetzt den Yono-Thron. Ich auch. Geh, du musst mir vertrauen, geh nach vorne. Du musst mir vertrauen, du musst nach vorne gehen. Nein. Komm. Okay. Oh nein, oh nein. Nein, nein, nein. Neh, nein, nein. Ich wundersch- Mit Erde. Erde. Erde, Mom. Das ist zu sterben, weißt. Hey, ich hitte dich und du bewegst dich nicht vom Fleck, man, du Hacker. Ich habe gesneagert, Arsch. Benji, schwimm nachher hoch, wir müssen die Erde hier hinten wegmachen. Oh, du hast mit Holz gemacht. Mach das Holz hier weg. Ich will eigentlich unter dir abbauen. Benji, mach danach das Holz weg. Ja, ich baue mich dann wieder runter. Bis, yo. der Dupy-Saint-Kill-Auf schlafen was du jetzt der Hext geht's einfach so jetzt halt auch mal die Schnauze halt ja ich hab mein Ordner gelöscht da ist ja vieles warum fliegt in der Hälfte Pool, voll der Eispool voll der Yolo Sweater-Pool mann das runterjumpen wow ich bin fast runtergefallen Alter ey du dreckiges Stück Scheiße ist er gestorben, äh gefallen ey ich wusste genau das ihr abhauen wollt darum bin ich immer so ein bisschen nach vorne gegangen da liegen meine Sachen, meine Schaufel ey sammel die nicht an, das ist meine Mann Alter der Fluss geht hier ja voll weit die hast du mir geschenkt ey wenn das Julia fährt man der gibt euch alle aufs Maul der gibt euch alle aufs Maul lass meine Sachen wegzimmern das ist ja voll schön ein Herz, ein Herz, ein Herz schauen wo ich runtergefallen bin ein Herz schlagen wir in einen Rusten ich bin noch oh der liegt nein fuck scheiße warum bist du dumm? was hast du getan? ich hab, ich bin mit von Shift abgerutscht ey bist du dumm? scheiße digga das wird die Todesfolge der Name Todesfolge du bist von, von was bist du abgerutscht? von Shift achso boah bist du dumm? von Sneaky oh Mann, schon wieder 5 Level weg ich war schon auf Level 25 und gestorben ich war schon auf Level 34.000 man bau jetzt hättest du den scheiß Ding dort weg man ja ich muss erstmal wieder hoch ich muss jetzt nicht so hoch ich muss jetzt noch mal nach sonst komm ich zu dir und dann schlaue ich dich bitte halt die dumme Schnauze man und danach brauchst du das weg ne? weil es muss schön sein nur der Wasserfall verbindet und meine Mama oh Gott sie leidet echt wenn sie das sehen will ich glaub ich schick ihr das ja sie weiß aber sie hasst mich jetzt okay auch kein Problem ne? oh mein Gott du fette Stück Scheiße man geh sterben man krebs man ich hab seine Mutter die dumme Falten schlampfen man du weißt schon dass seine Mutter eine billige Hude ist oh mein Gott hör auf man schlafe ich mir nicht ich ich na das ist wie ich mich nehmen will man was? das war Pio man 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 das war Pio 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 man und lassen lassen töten du fackst einfach ab Alter ist echt so ne Jups man dich mag niemand außer deine Mama mit mal dir Alter das ist echt so ne Benji hat auch Hexer an er hat sich so schnell hier hochgeholt ey was sagst du das Pio man runter baut mit Schneebeln das mache jetzt hier was richtig schönes ne und ihr werdet mir meine Füße dafür kuscheln ich hab ne Idee du könntest um dein um dein Wasserfall könnte so ein Dings bauen wie heißt es ähm ne Laubschicht ein Laubschicht ja was ist daran schwul alles man oh bin ich fies man ja passt doch ich hab noch 5 Weine fähig ich hab gelollt von ey macht wieder Wasser hin man ich bin es nicht das ist Views die ganze Zeit ah Views vervetter Trope man ich bin bei Benji da Benji schau mal wo ich bin ich hab gar kein Wasser weg gemacht schau mal schau mal über dich da mach wieder Wasser hin ich hab kein Wasser immer ich hab auch gar nichts gemacht oh mein Gott Views ich bin so schwul wie schwul die Kacke die ist ziemlich schwul oh Schock ey musst du dich mit Holz aufbauen ja oh du Bastard man mach das Holz weg ich will da dass der Wasserfall da durch fließt baust du selbst dann kannst du doch oder nein ich hab keine Dinge das dauert von Hand ewig ah jetzt bin ich schon unten tut mir leid du hast eh noch meine Schaufel also Maul ja aber baut mal mit einer Schaufel Holz ab geht schon sind nur 2 Stacks äh 2 Blöcke ich bin von 23 bin hatte fettmongos man oh mein Gott jetzt muss ich mich wieder hochbauen oh mein Gott ich bin sogar am Block deine Bruder konsumieren und ich arbeite hart alles wäre nicht noch krasser muss man über euch mit dem Block hintergehen Digga das musst du rausschneiden und das haben wir noch Probleme mit der GEMA das wäre echt sogar der Sorte ich kann mir die Eier lecken bitte äh bitte was 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 die scheiß Drecks verklagen sich so rum cool GEMA ist schwul ja ich fickt ihre Mutter die Schlampe Juhl ey Juhl 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 knock dude jetzt ich habe ich lieber hochgeworfen hat mich selbst gehütet das kann nur die dumpsten Doma aus der Ausdauer eines war es für diese Folge ja aber das ist eine Zahl und es gibt es nun und sohn Auer jetzt wenn das nicht stoppt an dann längst mir